Ich feiere schon seit Jahren kein Geburtstag mehr. Auch keine Runden? Die erst rechtlich, das sind die Schlimmsten. Da bekommt man Depressionen. Gestern war man noch ein Enddreißiger und heute bist du plötzlich 40. Entsetzlich! Dass du dich daran noch erinnern kannst, du musst ein sehr gutes Gerechtnis haben. Nun, dann hat sich zwischen uns doch so etwas eingestellt wie eine persönliche Beziehung. Wir haben es ja in der Hand, sie nicht ausarten zu lassen. Schön, dass Sie da sind. Bitte bleiben Sie sitzen. Ich hole uns zur Begrüßung ein Glas Champagner. Stürz dich nicht in Unkosten, Papi. Ich bin's, Vicky. Warum sagst du das nicht gleich? Ziehen Sie die Hose aus. Mein Wächter, was wollen Sie von mir? Scheint sich doch nicht kindisch. Komm doch so nicht ran. Woran? Was? Wir sind disqualifiziert worden. Es ist deine Schuld. Mein... Was hab ich denn gemacht? Was hab ich denn gemacht? Was hab ich denn gemacht? Soll ich dir sagen, was du gemacht hast? Soll ich? Nun, red doch schon. Du. Ja? Du. Was ist denn? Du hast mir die Damenschritte beigebracht. Wie das denn? Das so aussieht wie ein Kilometerzähler. Das ist ein Hygrometer, der misst die Feuchtigkeit. Im Bett? Außer der Erbsünde muss ich doch etwas anderes auf mich geladen haben, von dem ich bis jetzt nichts wusste. Der Gl Chang. Das ist ein Hybrometer, der